Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's, der Bio begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem kleinen Update unserer ÖPNV News von heute. Es ist noch einiges passiert, wir wollen euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten und bis nächste Woche wird es wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern, deswegen machen wir jetzt hier nochmal schnell noch ein Video dran, deswegen los geht's. Notus hat heute einen neuen Patch veröffentlicht in der 1EA 075, hier ist einiges passiert unter anderem in der Simulation, in der Routenübersicht werden zusätzlich die Sonderzeichen aufgelistet, sofern die Routen über 1 verfügt, in der Routenübersicht wird das erste Ziel eingetragen, wenn die Route über keine Haltestelle verfügt. Im Map-Editor ist jetzt folgendes erschienen und das zeigen wir euch auch direkt. Singleplayer-Karten können jetzt in Multiplayer-Karten umgewandelt werden. Dabei gilt, Karten mit DEM werden auf dem fiktiven Planeten reserviert und sind fortan in der Übersicht sichtbar und können später Multiplayer mit anderen Planeten-Karten zusammen ausgewählt, geladen oder befahren werden. Karten ohne DEM können ebenfalls umgewandelt werden, sind aber grundsätzlich nur einzeln im Multiplayer spielbar. Viel Spaß! Multiplayer-Karten dürfen sich jetzt überlappen, damit kann sich jetzt jeder völlig frei dort eine Karte reservieren, wo er gännen möchte. Und Bugfix gab es im Map-Editor, Probleme beim Ändern von Kachel-Reservierungen. Content-Tool hat auch einiges. Future entfernt, in der speziellen keine Haltestellen oder Routen mehr hinzufügen oder bearbeitet werden können. Beim Bearbeiten von Haltestellen zielen keine dauerhafte Aktualisierung nach jedem Zeichen. Es gab dann noch die allgemeine Zusatzdrinks sowie die von Stationen, Routen und Routen-Stops können jetzt alternativ in einem separaten, vergrößerbaren, maximierbaren Fenster bearbeitet werden. Auch hier gab es einen Bugfix. Bei speziellen FIS-Dateien gab es teilweise keine Speichern-Rückfrage. So wie wurde Stevens FIS geupdatet und ein Vegetations-Update von Florian gab es auch noch oben drauf. Aktuell seht ihr jetzt hier die Karte, die alte Waldbahn, die ursprünglich eine reine Singleplayer-Karte war, ist jetzt eine Multiplayer-Karte. Man kann sie jetzt mit Freunden zusammenfahren, wer natürlich die Karte sich runtergeladen hat und das Ganze dann dementsprechend auch bearbeitet hat, der kann diese dann hochladen und dann natürlich mit Freunden zocken. Wie das Ganze funktioniert, ist relativ simpel. Ihr startet den Map-Editor, dort habt ihr ein kleines Symbol, das habe ich euch eingekreist, da wo Kacheln sind. Dort drückt ihr drauf und dort kommt dann die Frage, ob ihr die Karte denn Multiplayer-tauglich machen möchtet. Wenn ihr das gemacht habt, wird einmal kurz gespeichert und ihr bekommt die Frage, ob das Ganze denn zum Online-Server hochgeladen werden soll. Dieses bestätigt ihr natürlich mit Ja. Dementsprechend könnt ihr dann ab diesem Punkt mit euren Freunden zusammen eure Karten befahren. Hamburg Lotus hat sich auch zurückgemeldet. Die Schienen liegen jetzt von Schnellsen bis kurz vor Gänsemarkt. Roland, unser Streckenbauer, hat sich in den letzten Wochen von der Schleife Grindelberg, heute Haltestelle Bezirksamt Eimsbüttel, statt einwärts gearbeitet und ist fast am Gänsemarkt angekommen. Dabei verlegt er als erstes die Trasse, dann folgen die Gleise und dann der gesamte Straßenbereich mit Fuß- und Radwegen. Kannstein- und Fahrbahnmarkierung, damit hat er gilt zu tun, denn er muss immer wieder aufwendig recherchieren, wie es vor 40 Jahren dort ausgesehen hat. Hier sehen wir auf jeden Fall schon die ersten Ausschnitte, wie Hamburg später ausschaut. Das sieht wirklich großartig aus und hier muss man wirklich sagen, erwartet uns wieder ein Non-Plus-Add-On, welches wir wieder, denke ich mal, spielen werden. Hoffentlich im Multiplayer, hoffentlich mit Freunden und so weiter und so fort. Und ich freue mich da sehr drauf, wenn es da natürlich Neuigkeiten gibt, halten wir euch dementsprechend auch auf dem Laufenden. Aber auch im britischen Content gab es natürlich Neuigkeiten. Der Digibus Mirage ist die digitale Version des Opta Solo. Der Solo ist ein UK Low-Floor Midi-Bus, wird als Solo bezeichnet, weil das Rad vorwärts konfiguriert ist und so, in Anführungsstrichen, so tief auf dem Boden liegt. Digibus Preservation erstellt das ursprüngliche Solo in einem digitalen Format für OMSI neu. Eigenschaften sind hier ein sehr detailliertes Modell, vollständige Nutzung des OMSI Setpass-Systems, sodass Sie Ihre eigenen Spezifikationen für Ihre eigene Neulackierung erstellen können. Solo-Sounds, die direkt von einem echten Solo aufgenommen worden sind, gibt es hier auch noch oben drauf. Wann es erscheint und was es kostet, wissen wir allerdings noch nicht. Wir werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Und zum guter Letzt gab es hier auch noch mal was Kleines, und zwar von der Vogelfluglinie Lübeck-Puttgarten. Diese erscheint jetzt am Donnerstag, den 2.7.2020 in unserem Online-Shop. 29,70 Euro kostet das Ganze, und dementsprechend sind wir natürlich gespannt, wie sich das Ganze fährt, wie es halt ausschaut. Die Strecke gab es damals bei dem Microsoft-Transom-Lauter, ich bin sie sehr, sehr gerne gefahren. Deswegen lasse ich mich da sehr gerne überraschen, was uns dort erwartet. Und Leute, das war es jetzt mit den News von heute, und natürlich für diese Woche, und für dieses Wochenende. Ja, jetzt habe ich euch nochmal um eure Zeit geraubt. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht einzu böse, aber hättet ihr jetzt da noch eine Woche drauf warten wollen? Ich glaube nicht. Deswegen haben wir sie nochmal hinterher geschoben, und jetzt wünsche ich euch wirklich ein schönes Wochenende. Bis denn, Tschüss! Tschüss!